Trifft, trifft, die Wand habe ich auch noch nie gesehen. Eskalation! Okay. Dann... Wie immer, durchlesen, Pause drücken. Da kann man alles... Ich verwerte alles dann hier, weil es los geht mit... Und na toll. Schon gehört? Der Tunnel nach Beacon Hill ist freigegeben. Solltest du mal vorbeischauen. Bis später. Das ist aber schön. Aha, dort hoch. Brauche ich nicht. Warte. Hey. Grobe. Ein. So, und ich nehme jetzt auch schon eine halbe Stunde auf. Hey, tauscht deine Serienteile gegen... So. Okay, jetzt. Langsam, kosten. Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät gegen ein Tuning-Chip austauschst. Früher hab ich mir immer gleich Nitrogold. Und jetzt. Am. Zyk von A, E, M und Z, davon. Leichten. Betriebe. Und du wirst die Motor-Power besser auf die Straße. Mit einem Sportcarver kannst du bessere Kontrolle über deinen Wagen und Katakurben enger nehmen. Jetzt. Ich habe das von AP-Racing. Haben wir erst mal ein bisschen getunt. Fahren wir gleich wieder hin. Nach den 2 Drift drin. Mal gucken. Drift trifft. Oh Gott. Die Wand habe ich auch gar nicht gesehen. Hehehe. Wie sinnlos. Dass da plötzlich in die Wand ist. Und. Achtung. Ich bin mit dem Autofahrer. Preisgeld bloß 300? Zeit, dass ich einen Sponsorenvertrag kriege. Und ich drifte bloß an bestimmten Stellen. Ich nicht. Ich drifte überall meistens. Deswegen haben sie bloß zu wenig. Hehehe. So 22.000 dürfte reichen. Hupsala. Stört mich. Habe sowieso genug. Anschauungsziele. Form. Ui. Bams. Dich. Wähle einen Sponsor. Dich. Dich. 3-9. Weiterreiten. Tauben. Cover. Bonus. Gibt es jetzt sicher Wagen von Bw. Auto Händler. Edelborg. Drei Uhr Rennsiege. drei Rennen sie genommen von neuen eigener Wahl kostenloser Wagen der auf einem Cover erscheint wer hat er den? und die Drag-Rennen sind nun wirklich nichts schwerste Entschuldigung mein Stuhl knarrt macht er sonst die Siehst du die X-Symbole? Erraten, da warten ein paar Sponsorenverpflichtungen auf dich Du musst diese Rennen fahren, um deinen Vertrag zu erfüllen machen wir es mit neuen solchen Rennen egal was ich mache da ist da die zwei Trifftrennen erst dann so 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 ist es wokner? ist es wokner? so so E30.000 und aufgebockt fertig gemacht so noch mal kleiner das nächste Drift drin Nein jetzt kommen wir gleich noch mal zum Dings fahren zwei Runden wieder so so der Ted der hat immer den Film gesehen, der ist geil so Yen hat mich überwollt jetzt werden wir gewonnen Eiskalt. Speichern, speichern. Ja, dann... Oh, es gibt schon Eolren. Geld. Gibt es da jetzt noch mehr für... Ne. Ach, das ist dann immer noch ein Gebiet. Achso. Ich muss jetzt erstmal die Tasten von W wegnehmen. S, A, D wegnehmen. Dann... Auf zum Tuning. Schock betreten. Jetzt dürfte ich eigentlich alles kriegen, was ich will. Motor hatte ich schon. ECÖ. ... ... ... Getriebe Oh, da kann ich schon So, jetzt ist mein Wagen eigentlich schon relativ gut getuned und jetzt geht es weiter zu was machen, das ist nichts Hm Ne, man tut oben die Reihe nacheinander durch Ich finde es auch gut, dass man hier immer wieder dort rauskommt, wenn man das Allrennen begonnen hat Bei den anderen Kackspielen heute hier, was sonst noch mit Pampa ist Ja, da ist schon ein bisschen schnappig Schon wieder bloß zu wenig Geld, sollen das? Was? Bester Start? Nö Verpiss dich Reingefiffert Mal gucken Wie schnell? 210 Das ist schon alles 25 16 200 25 25 27 11 35 15 für mich 26 kreise ich glaube ich bin auf dem falschen Weg gefahren ne dann keine Chance haben die gegen mich ich finde es aber schade dass es sich nicht selber auslädt wie bei Neustranded oder so oder wenn du dann immer wieder dazu kriegst nächste Jahr zwar auch aber dort kriegst du es extra noch dazu Gas geben das ist gefährlich hier an der Kurve Auto sind immer weiter unter mir das ist schlecht muss ich vorsichtig fahren das ist nicht das ist nicht das ist nicht Ah, gut, noch mal, noch mal gucken, hier. Retroil, mannig drauf rein. Batsch, eingeparkt. Läuft, drei Sekunden, alles gerollert, die in der Liste kommen. Peugeot ist eben doch das Beste. Chance auf Turbo-Bild, einmal, wenn ich noch ein anderes hole. Da fahren wir mal lieber hin, fahren wir mit dem Truck-Rennen an. Ich will nämlich einen kostenlosen Warnen. Gelb, gelb. Informationen? Ah, das sind wieder die Weltrennen. Ja, das ist wieder. 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 Ja, das ist wieder.